Hallo, mein Name ist Joram Sevi, ich bin Business-Genreur und für die Präsentation der VR-Bank Card Plus im Rahmen Ihrer Mitglieder- und Kundenveranstaltung habe ich eine kleine Darbietung vorbereitet. Worum geht es bei der VR-Bank Card Plus? Es geht natürlich um Ihre Volksbank oder Raiffeisenbank. Die steht im Mittelpunkt. Aber worum geht es der Bank? Der Bank geht es um die Kunden. Es dreht sich alles um die Kunden. Und jetzt gibt es besondere Kunden, das sind Ihre Mitglieder. Die Mitglieder genießen besondere Vorteile. Sie genießen zum Beispiel Einkaufsvorteile und da kommt die VR-Bank Card Plus ins Spiel. Hier ist sie, die VR-Bank Card Plus. Völlig neu und sie bedeutet jede Menge an Plus. Das P steht für alles Positive. Für Prozente, für Pluspartner. Über 12.000 Pluspartner gibt es bereits deutschlandweit. Das kleine D steht für deutschlandweit. Sie können zum Beispiel nach Berlin fahren und das Musical über das Leben von Udo Jürgens 10% günstiger sehen. Sie können zum Beispiel Mode kaufen. Bundesweit. In über 12.000 Shops von Pluspartnern genießen Sie Vorteile. Man könnte also sagen, die VR-Bank Card Plus ist die Joker-Karte der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Denn Sie wissen ja, solange es um Einkaufsvorteile geht, hat jeder Mensch etwas, das ihn antreibt. Und wir machen den Weg frei.